Und was meine Gäste aus Leutershausen hier auf der Tribüne auch noch top finden, ist natürlich der Pokalknaller am kommenden Dienstag an der Bergstraße. Da spielt die SG Leutershausen aus der 3. Liga gegen den Erstligisten Tuss Nettelstedt-Lübbecke. Also wenn sie ein bisschen sportlich unterwegs sind, schauen sie da mal vorbei.